Yoho und Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Runde oder Session, wie auch immer, Warframe. Ja, ihr seht jetzt hier im Prinzip einen anderen Frame, den ich ausgewählt habe, das ist der gute Loki, der ist nämlich gerade auf Stufe 25 und ich bin dabei, diesen etwas zu leveln, damit der auch auf 30 kommt, der müsste jetzt, ah, 26 sein, das heißt gar nicht mehr allzu lange hin und wir haben einen neuen Warframe auf 30 gebracht, so rum, kann man es auch sagen. Ja, gestern habe ich noch ein wenig gefarmt, ich habe mir neue Warframes gefarmt, die müssten derzeit in der Schmiede sein, da muss ich mal gucken, welche ich die jetzt neu habe, so, also zum einen Ember, die ganzen Ember-Teile habe ich mir geholt und auch gleich zum Schmieden gebracht, das heißt, dass ich die Ember gleich mal schmieden kann, kompletto. Dann habe ich, ja, eine Ak-Pronko, das ist eine Waffe, mir gemacht zum Leveln, ein Orokin-Wrack-Attentats-Schlüssel, den braucht man, um, ähm, ja, ich sage mal, diesen guten, äh, Nekros zu farmen. Orokin-Wrack-Auslöschung habe ich auch mal gemacht, dann habe ich Trinity gemacht, auch ein neuer Warframe. Die ganzen Teile, und, weil Kür, wie ihr seht, habe ich auch schon, äh, fertig gefarmt, das heißt, drei neue Warframes erwarten mich demnächst. Ja, laber nicht. So muss ich mal gucken, was ich an Warframes habe, habe ich schon die Teile? Ja, hier, Ember kann ich schon zum Schmieden schicken, jawoll. Ähm, Ember, Logi-Prime, Mag-Prime, die habe ich alle noch nicht, die Teile, Mirage habe ich noch nix, nix fehlt mir noch das Chassis, Oberon habe ich schon, Rhino-Prime habe ich nicht, Trinity-Helm-Systeme, Valkyr, ja, jetzt brauche ich noch Trinity-Blaupause und Valkyr-Blaupause, die holen wir uns mal fix aus dem Markt. So, Warframes, Warframe-Blaupausen, so, die gute Valkyr-Blaupause brauche ich, jawoll. Vielen Dank für Ihren Einkauf, beehren Sie uns bald wieder. Und die gute Trinity-Blaupause, die brauche ich auch noch. Vielen Dank für Ihren Einkauf, okay, das heißt, ich kann die jetzt auch schmieden und dann werden auch diese beiden Warframes ganze drei Tage benötigen, bevor sie fertig sind. Weil hier seht ihr auch schon, drei Tage dauert Ember und die anderen dann auch. Trinity schicken wir mal in die Schmiede und die gute Valkyr auch. Ember, Valkyr, Trinity, das sind alles weibliche Warframes. Also hier gibt es, finde ich, ziemlich viele weibliche Warframes. Ja, vom guten Woban habe ich nur die Systeme, da brauche ich noch Chassis und Helm. Aber der Woban ist relativ schwierig zu farmen und das dauert lange, weil man den nur bei Alarmierungen bekommen kann. Und bis da mal die richtige Alarmierung auftaucht, vergehen Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und dementsprechend kann es dauern, bis ich Woban fertig habe. Weil derzeit haben wir hier eine Alarmierung. Ach, da ist gerade eine neue Alarmierung rein. Von HAL, da gibt es nur Credits. Und es ist eine Alarmierung mit einem Limbo-Helm. Aristeas. Das ist auch interessant, das können wir gleich mal machen. Müssen wir mal gucken, ob wir die Missionen auf dem Pluto schon freigeschaltet haben. Ja, was noch? Ich wollte euch was erzählen. Und zwar, das können wir aber während dem Spielen machen. Ach, ja, und Limbo-Helm. Muss ich mal gucken auf Pluto. Und danach werde ich noch mit ein paar Leuten zocken. Da werden sie bestimmt wieder in TeamSpeak kommen, nehme ich mal an. Oh, hier. Die Mission, da komme ich aber nicht hin. Das heißt, ich muss die hier vorher erst machen, damit ich diese freischalte. Na gut. So, da gibt es aber zwölf offene Gruppen. Das ist perfekt. Das heißt, hier kann ich einfach eine Gruppe joinen. Da hat das eine Valkyr 6, die möchte mitmachen. Egal, gut. Ja, und zwar wollte ich euch erzählen, was es mit... Wieso hat denn der jetzt aufgehört, der Vogel? Dann trete ich halt einer anderen Gruppe bei. Ne, Moment, ich muss nochmal neu machen. Offene Gruppen 12 und dann findet sich hier niemand. Ah, mobile Verteidigung. Ach, wisst ihr was? Das ist mir zu riskant. Ich glaube, ich möchte jetzt hier nicht mit meinem Loki, der relativ schwach auf der Brust ist, da reingehen. Dann nehme ich mal lieber meinen guten Frost. Das ist mehr oder weniger ein Tank in diesem Spiel und da halte ich mir aus, vor allem, da das eine Prime-Variante ist und ich den schon soweit ausgelevelt habe. So war die Mission da hinten, alles klar. Ja, und zwar wollte ich euch erzählen, was es mit meinen Abonnenten auf hat, da ich schon die Frage gestellt bekommen habe, hey, Kildur, du hast ja gar keine Abonnenten. Das stimmt so nicht. Ich habe nicht keine Abonnenten, ich habe nur meine Abonnentenzahl ausgeblendet und das hat ganz einfach den Hintergrund, dass sich viele von meiner Abonnentenzahl haben, ich sage jetzt mal, abschrecken lassen. Weil es doch immer blöd aussieht, wenn man so und so viele Abonnenten hat, aber nicht so und so viele Views. Ja, das kommt davon, wenn man jahrelang auf YouTube unterwegs ist und sich nach und nach immer wieder mehr und mehr Abo-Leichen bilden. Und dann sieht das ein bisschen blöd aus, dann sieht das nämlich für manche so aus, wie, oh, der hat Haufen Abonnenten, aber der macht das wahrscheinlich so schlecht, dass da keine Sau schaut. Das stimmt ja aber nicht. Zumal, ja, ich finde einfach die Abonnentenzahl, das ist so eine Art Prestige-Ruhm heutzutage. Viele schauen gar nicht mehr sich einen Let's Player an, wenn er wenig Abonnenten hat oder sonst was, sondern gehen nur danach, oh, wie viele Abonnenten hat der, boah, der hat eine Million Abonnenten, den muss ich auch abonnieren, weil der muss cool sein und so weiter und so fort. Das ist alles nur so eine Art Prestige-Zahl für mich und das finde ich eigentlich total sinnlos da. Ein YouTuber, wenn er gut ist, ja nicht mit den Abonnenten verdient oder mit der Abonnentenzahl, die ja, sondern mit den Leuten, die schauen, ja. Ein YouTuber verdient mit Views, mit Kommentaren, mit seiner viralen Reichweite. Wenn ihr Kommentare schreibt und ein Video liked, dann hat das viel mehr Auswirkungen, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kanal abonniert, ja. Also wenn ihr aktiv dran teilnehmt bei einem seinen Channel und den aktiv verfolgt, dann hat das natürlich für diesen YouTuber wesentlich mehr Auswirkungen. Und ja, dadurch, wie gesagt, dass meine Abonnentenzahl nicht großartig weiter gesunken ist, aber die View-Zahl, da ich zum Beispiel kein Minecraften mache und so weiter und so fort, ähm, ich wollte die Abonnentenzahl einfach ausblenden, ähm, das hat zum Beispiel auch schon der gute Buga damals gemacht, der war da schon Vorreiter sozusagen. Ähm, fand ich ganz cool, was er gemacht hat damals, ich möchte da jetzt auch mal nachziehen und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, läuft's wirklich etwas besser, kann man sagen und es lassen sich nicht mehr so viele Leute abschrecken von der Abonnentenzahl, das hat schon was. Und ja, also es sind wirklich nur Views ausschlaggebend für den YouTuber, ich weiß gar nicht, wozu die Abos überhaupt großartig seien, sondern gut, dass man keine Videos mehr verpasst, ja, aber das ist auch schon alles, ähm, dass man jemanden abonnieren kann und weiß, wann der was hochgeladen und freigeschalten hat und, und, und. Aber für den YouTuber an sich bringt die Abo-Zahl natürlich überhaupt nichts, sondern lediglich die Views und die Interaktion auf seinem Kanal und ja, das habe ich halt so nicht mehr eingesehen. Warum soll ich da die Abo-Zahl stehen haben, wenn sich Leute davon beirren lassen, ja, wenn das heutzutage cool sein soll, dann weiß ich auch nicht mehr, also habe ich die einfach ausgeblendet und, ja, es reicht doch die Anzahl der Aufrufe, ne, warum muss man wissen, wie viele Leute dann abonniert haben, ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich die Bild, äh, heutzutage abonniert haben und da immer monatlich eine Zeitung zugeschickt haben, das weiß keine Sau, ähm, höchstens die Bild-Leute selber, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Abo-Zahl deswegen ausgestellt, weil ich das Ganze mehr oder weniger, ja, sinnlos finde, sag ich mal. So, verteidige das System, jetzt müssen wir hier ein bisschen aktiv sein und die Datenkonzolen da verteidigen, nämlich genau drei Minuten, bevor wir dann zur anderen rüber müssen, dann müssen wir die Datensette, die wir gerade eingesammelt haben, da drüben stecken und, äh, diese Anlage verteidigen. Ja, in der Zeit spawnen hier haufenweise Gegner und ihr seht ja diese Folge das erste Mal so richtig wie Warframe eigentlich aus. Wir haben ja das letzte Mal nur Arc Ring gespielt und das ist wirklich nur ein kleiner Teil von Warframe gewesen. Eigentlich ist das hier Warframe, ja, wie ihr es jetzt seht, das ist eigentlich Warframe, Arc Ring kam erst später hinzu, das war sowas, wo wir das ganze Spielgeschehen, sag ich mal, sich hinauflockern wollten, dass man eben auch was anderes machen kann, wie dieses Gekloppe hier, ähm, was ja schon ein klein wenig an Dynasty Warriors erinnert, finde ich, wenn man hier durch so Massen sich durchprügeln muss. Aber das Spiel bockt halt, jeder Warframe hat andere Fähigkeiten, ist für etwas anderes nützlich, ich sehe gerade, ich verrecke jetzt leicht, oh, jetzt bin ich verreckt. Jetzt muss ich darauf hoffen, dass mich jemand anders rest, ah, da kommt schon jemand an, jawoll, da resten sie mich, au, sehr, das schreibt auch schon noch der Magius. Das ist sehr gut, dann werde ich nämlich, äh, die Leute dann in den Teamspeak hinzuholen, ja, und das mache ich diesmal so, dass sie gar nicht wissen, dass ich aufnehme, das wird alles mal ein bisschen heimlich gemacht, und dann gucken wir mal, ja, da ist immer, da hat man nicht dieses Gekloppe dahinter, ja, es sind ja nicht alles YouTuber hier, meine Kumpel, und da haben sie vielleicht noch das Gefühl, denn, oh, der nimmt auf, vielleicht sage ich jetzt nicht irgendwas Besonderes, oder ich rede nicht so viel, weil ich das vielleicht nicht so gern mache, wobei ich glaube es nicht, also, Mimic ist da ganz offen, aber ich möchte einfach mal nicht sagen, dass ich aufnehme, das sage ich mal so im Nachhinein, Oh, ja, Leute, ich habe aufgenommen, einfach mal so eine Kumpelrunde zwischendurch, ja, und dann kann es weitergehen. So, ich muss ihn gleich noch schreiben, äh, den Magius, und dann werde ich die Leute in den Teamspeak holen, vielleicht kommt auch noch der gute Helium dazu, der das letzte Mal schon dabei gewesen ist. Schauen wir mal. Ei, ei, ei. Da schreibe ich mal Sears. So, boah, ei, 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 jetzt haben sie mich hier weggedrennt, diese Attacke hasse ich. Das sind übrigens die Korpus, die Gegner nennen sich Korpus, ähm, es gibt auch noch Grineer, die sehen so aus wie, ähm, ja, wie Rex, sage ich mal, wie ihr den Mass Effect kennt. Wer mich von Anfang an abonniert hat, müsste wissen, wer Rex ist. Ha, ha, mein Lieblingsspiel, wer Rex Effect, und dann gibt's noch die Infested, da haben wir zum Beispiel letztes Mal auch die Arcu-Missionen gemacht, diese, ja, diese, diese Infizierten, die aussehen fast wie Aliens, kann man sagen, das sind die Infested, und dann, hier, das sind eben die Korpus, Korpus, Grineer und Infested gibt's, gab's noch mehr? Ich glaub nicht, ne? So, und jede haben natürlich ihre Eigenarten, ihre Schwächen, ihre Stärken, und genau wie mit den Warframes hier, ein Frost ist hier mehr oder weniger so der Tank, der kann, äh, Gegner ein Eisen, kann eine Schneekuppel machen, wo keiner reinschießen kann, ja, das ist optimal für Verteidigung geeignet, oder falls man viele Gegner um sich rum hat, kann man sich in die Schneekuppel stellen, die Gegner, wenn sie sie betreten, werden stark verlangsamt, ich glaub bis zu 60% oder so, ähm, auf jeden Fall ein sehr geiler Char, Frost ist mit einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen hab ich mir den auch schon als Prime besorgt, ja, so, gut, da unten kommen noch mehr Gegner, noch 2 Minuten 30 müssen wir hier, ausharren der Dinge, machen wir mal noch eine Schneekuppel hin, bin ich ein bisschen sicherer, geh ich nämlich nicht so schnell drauf, ein Frost lebt mit durch seine Schneekuppeln, dass er sich dadurch mit, ein bisschen besser verstecken kann, ich mach hier auch nochmal eine hin, da werden nämlich auch die Gegner verlangsamt, so, der Nachteil ist, dass wenn man draußen steht, außerhalb der Schneekuppel, ja, und man möchte Gegner abschießen, man ist zum Beispiel ein Fernkämpfer, dann kann man nicht durch die Schneekuppel durchschießen, von innen nach außen, ja, aber nicht von außen nach innen, das sollte man stets bedenken, wow, aber die greifen gerade das Ding so, ein bisschen an, da werde ich jemandem wieder eine Kuppel drum machen, zum Schutz, oh, da ist ein Excalibur dabei, das sehe ich immer an diesen Schwertscheiden, die hier fliegen, da, zack, das ist ein Excalibur, der ist zum Beispiel mehr der Nahkämpfer, der wurde jetzt, äh, vor kurzem auch in einem Patch, äh, verstärkt, ein Skill, den ihr hier seht, den, wo er sein Schwert da sozusagen fliegen lässt, wie so ein Energieschwert sieht das aus, die kam, der kam erst hinzu, der Skill, den hat er vorher nicht gehabt, der war etwas schwächer auf der Brust, und ja, Warframe befindet sich halt noch in, der Beta-Phase, ne, und da, kann es passieren, dass hier mal ein Frame etwas genervt wird, weil er vielleicht zu stark ist, oder er wird eben verstärkt, weil er vielleicht zu schwach ist, das wird alles noch etwas gebalanced, aber das Spiel hat sich, im Gegensatz zu damals, das gibt es ja schon jetzt eine ganze Weile, ähm, hat es sich extremst verbessert, es macht wesentlich mehr Bock, es ist ein richtiges Koop-Spiel, wo man einfach nur mal abfeiern kann, und ich hatte auch schon mal eine Runde mit dem guten Sinner-Sykes von den Kombo-Helden gezockt, ähm, den habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, der hat nämlich auch Warframe, das ist nämlich auch so ein Warframe-Spezi, sage ich mal, könnte er ja mal auf seinem Kanal schreiben, die Kombo-Helden, glaube ich, ey, Sinner, was geht denn? Wir haben Kelly hier bei Warframe zugesehen, er hat gesagt, du hast mit ihm gezockt, mach doch mal mit, oder jemand anders, der Warframe spielt, ich weiß gar nicht, welche Leute überhaupt noch alles Warframe spielen, so, jetzt können wir abhauen, die Mission ist, äh, geschafft, das heißt, ich werde gleich mal zu dem guten Remake, ach, in den TS gehen, ich glaube, wenn ich dann das Spiel minimiere, kann es sein, dass ihr entweder Standbild habt, oder die Aufnahme bricht ab, oder ich weiß es nicht genau, schauen wir mal, auf jeden Fall geht es nahtlos weiter, also nicht wundern, so, dann komm, wo bleiben denn die anderen Leute, ich mache mal eine Schneekuppel hin, nicht, dass uns noch jemand von außen abschießen will, ach so, ich habe hier die Agbolt, du, neue Waffen, zum Leveln, so, nachladen, so, dann kann ich nämlich die Alarmierung machen, die ich eigentlich machen wollte, 48 Oxium, okay, drei NAF-Koordinaten, ist auch okay, paar Mods, so, dann hole ich mal den, den guten Remake, äh, in den TS, beziehungsweise, er weiß ja, wo der TS ist, so, 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 roll uns die Belohnung noch ab, jawohl, dankeschön, und die Gruppe verlasse ich erstmal, so, dann muss ich mal aus Waffen und Kitzel raus switchen, ich labere aber mal weiter, ich werde das in der Aufnahme kontrollieren, ob alles funktioniert, so, gehe ich mal in den guten Teamspeak rein, hier, Fraps, tue ich mal minimieren, Teamspeak öffnen, Connected, Channel switched, na, sehr, Servus, ach, der Helium ist ja auch schon da, sehe ich gerade, haha, soll ich ihn gleich mit reinziehen, oder wollen wir noch ein bisschen warten lassen, haha, musst du wissen, naja, wenn er schon da ist, können wir wieder etwas zusammen machen, Servus, Helium, ja, na, hallo, ja, ich war, ich war gerade so ein bisschen vertieft in meine Mission, Servus, ich habe halt gerade noch bei einem Livestream mit der ich sie gezogen, deshalb, war ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, da seid ihr alle, was wollen wir denn eigentlich machen, darf ich jetzt mal kurz meine Mission jetzt eine machen, Nö, du musst jetzt sofort, du musst jetzt sofort, weißt du, da wird so Mission gestartet, du wirst jetzt ja abgezogen, richtig, richtig, ich müsste aber gleich hartlich sein, ja, kein Problem, ich bin, gerne auch, gerade dabei, da habe ich schon die Vormission gemacht, weil ich diesen Limo-Helm will, von, von Pluto, da habe ich jetzt die Mission freigeschaltet, da könnten wir direkt die Mission machen, und dann zumindest mal den Helm abholen, ich meine, schaden kann es ja nicht, 27 Minuten, gerade mein Loki bis in den Boden, ah, okay, ja gut, solange Helium noch nicht in der Gruppe ist, ganz ruhig, ich bin hektisch, hektisch, ja, schon fast am Exit, in der Zeit nehme ich mal einen Schluck, einen Schluck, und habt ihr heute schon mal gezockt, zags über oder sowas, bei mir ist heute das erste Mal, meintest du das Warframe oder generell gezockt? Nö, jetzt speziell Warframe, Warframe habe ich heute tatsächlich schon mal gestartet gehabt, und irgendwie eine Syndikaten-Mission gemacht, kurz, ich hatte heute auch kurz gezockt, aber nicht lange, nachdem ich aufgestanden war irgendwann Mittag, okay, nachdem ich aufgestanden war irgendwann Mittag, dachte richtig, ich weiß, ne, so lange hatte ich heute auch gepennt, bis, bis halb, eins glaube ich, achso, ne, gepennt habe ich relativ lange, ich probiere so mal ewig oben aufzustehen, oh ja, bin mal aufgewacht, so um 10 rum, und da dachte ich mir, ach, nochmal kurz hinlegen, und dann, boah, wieder eingepennt. Auf einmal war es so spät, ne? Auf einmal war es so spät, ja. Nur mal kurz die Augen gezwinkert, und schon waren es zwei Stunden wieder rum.